Wir sprechen jetzt live mit Marcus Söder und dessen Team Seneca eine starke Saison hat und um einen Platz in der Profiliga kämpft. Es scheint allerdings immer noch Dinge zu geben, die verbessert werden können. Den gibt es immer. Wenn man sich nicht weiterentwickelt, bleibt man hinter den anderen zurück. Wenn es bei uns Fehler gibt, werden sie nicht bestraft, sondern wir verbessern uns gemeinsam. Deshalb sind wir jetzt bereit für die Profiliga. Starke und entschlossene Worte von Senecas Teamchef. Mal sehen, ob die Fahrer Ihnen Taten folgen lassen. Hier sind wir also mit einer vielversprechenden Hauptveranstaltung. Seneca und Volt haben sich die ganze Saison über nichts geschenkt und können jetzt mit einem guten Ergebnis in die Pro-Series aufsteigen. Wichtiges Rennen. Jetzt kommt es darauf an. Nächstes Mal geht es vielleicht gegen Raven West. Viel Glück. 22, die schaffen das. Bis später auf dem Podium. Ich kann es nicht mehr sehen. 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 Zutaten, wir haben fast gebaft. Wir sind in der Profi-Liga. Ich spreche wohl für das gesamte Team, wenn ich sage, gute Arbeit, Leute. Unglaublich, wir haben es geschafft. Den Platz in der Profi-Liga haben wir uns wirklich verdient. Ihr könnt stolz auf euch sein. Wir hatten hier bei der Grand World Series eine Saison wie nie zuvor. Und jetzt treffen Seneca und Gold in der Profi-Liga auf Team Zwiebel, Knie und Gold. Und natürlich Raven West mit dem großen Nathan McCain. Ein. Die